So, und, äh, ja, sofort auf der Stelle, weiter bei Fuel. Und ich wollte gerade so eine kleine Ansage machen, dass ihr Dings, äh, noch ein wenig ertragen müsst, Voglerküller, weil, ähm, der ist jetzt einfach irgendwie dabei und nein, ich hab immer noch keinen Schutz gekauft. Gib mal her hier. Hätte ich mir jetzt keinen Carpador gekauft, äh, gekauft, hätte ich mir auch mehr Schutz kaufen können, aber das war halt Fail von mir. Ich hoffe, dass das... Äh, okay, Jürgen. Er redet gerade nicht mit mir, sondern Jürgen, yeah, man. Jürgen ist sein Federer, also sein Vater, ja. Und ja, der ist eigentlich, äh, voll gechillt drauf, warum rede ich gerade über seinen Vater, keine Ahnung. Was? Vogler. Hallo. Nein. Doch. Hallo? Meins? Ja, da, äh, Junge, was? Okay, er hat irgendwas kaputt gemacht. Da hab ich gerade. Ähm, was geht noch? Nein, eigentlich nicht so. Ja, egal, er ignoriert Vogler, ich spiel jetzt weiter hier. So, Iris, äh, mit ihrem Pixie. Okay, sorry für den Leck. Tut mir leid. Äh, Slam. Da greift ich mir nötig mit Slam an. Ja, mach dich, mach den PC aus, Vogel. Das ist Windows 7. Das ist Windows XP und... Junge, mach die Scheiße aus, mein Sohn. Nein, du Wichsgeburt. Cool. Toll, das ist nicht cool. Ey, so, Mann, jetzt schlafen wir wegen dir, du Penis, du. Was? Ja. Was schon? Red jetzt nicht mit Jürgen, Junge. Zwei Minuten geht der Pa... Ja, doch, du hast... Ich danke dir keine Ahnung. Er hat Ahnung, der Wichser. Oh, Jürgen, ich höre doch mit dir. Der Wichser, ey. Oh, Jürgen. Du Wichser. Jürgen, komm. Ach, der nicht. Boah, wann versteht der Junge das nicht in mein Netzplace? Äh. Ich kack ab, ey. Der kann sich nicht einmal als Komoot... Ich bin da, Junge. Ich bin da. Leute. Ja, so, jetzt habt ihr ein bisschen keinen Kommentar von mir gehört. Einfach weil... Pff, fucking episch. Vogelang. Kamau, weil ich so ein alter Geschrottet hab. Jetzt wollte er, dass ich die am PC anschließend, weil er gucken muss, die Kamer... Zeigen wollte er nicht so, ich so, Jürgen, interessiert mich gar nicht, wie das aussieht. Also, Jürgen, das ist Windows XP ist da, äh, Windows 7, meine ich, das ist. Das ist Wahnsinn. Okay, Typhon pennt jetzt wegen dir, ich geh so ab, man. Okay, wo führte der Weg nochmal hin? Wir gehen erst hier lang. Aus gutem Grund, der führt, glaube ich, zum Mondstein, glaube ich. Wieder coole Musik hier in der Minecraft, cool. Bei Minecraft, ja. Das Game, was sie alle suchten, Minecraft, kann ich immer noch nicht verstehen, aber... Wablu. Team Rockel-Trüppel, schlägt Wablu in den Kampf. So, los, Typhoon. Du schläfst, ich weiß. Wach gefälligst auf. Komm, Typhoon, Wablu. Lass ihn schlafen, Alter. No. Komm, jetzt, du sollst kämpfen hier. Nix. Ja, Typhoon ist aufgewacht. Slam. Booyah-Karts. Wir sind 10 Level über dem Wablu, genau. Ich sehe es schon kommen, dass Typhoon gleich auf Level 25 ist. Und dann freue ich mich erst mal voll. Epische Musik, Alter, episch. Dann sag ich, yo, Big Birdy Witches. Typhoon erreicht Level 25. Ja, und als nächstes kommt ein Schnupprück. Ein Schnupprück. Boah, ich hoffe jetzt... Ich hoffe, dass sich das Verhältnis von In-Game Sound und Vogeler jetzt nicht verschlechtert hat. Ach, jetzt bin ich aber mal schlecht. Okay. Vielleicht hört ihr das. Ich habe es lauter gemacht als letzten Part. Ich höre ihn jetzt kaum noch. Megboody Witches. Wird Dacia Riss das Pokémon wechseln? Nein. Das war ein Traumato, habt ihr gehört, ne? Ja, und Fuel. Fuel ist einfach... Bah... Ist einfach... Ist einfach, boah, ne? Dieser Hack wird mir bestimmt noch sehr viel Freude bereiten und... Meinst du mit, boah, ey, Sahne-Krispies? Boah, ey... Ähm... Nein, eigentlich nicht. Sahne... Sahne-Krispies. No, ich meinte mit, äh, boah, der Hack ist einfach... Fuck, jetzt bin ich... Fuck, jetzt bin ich zurückgegangen. Ja, und ich meine doch, hier kommt man zum Mondstein, oder? Scheiße, es ist ein Sternstück. Okay, sorry. Äh, wir gehen weiter. M-m-m... Das ist ein Brutalander. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wusstest du, dass du ein Brutalander wirst? Junge, weißt du, wie geil das ist? Das versuche ich jetzt zu fangen, wenn es mich nicht besiegt. Okay, mit Biss wurde ich jetzt besiegt. Typhoon, das war's. Wurde ich jetzt mit Biss besiegt? Wir schicken jetzt mal stupid rein. Einfach just for fun. Oh, das finde ich aber stupid von dir. Habe ich genug scheiß Pokébelle? Ein Kindwurm ist doch geil. Da habe ich ein Drachen-Pokémon. Go, Pokéball! Go, go, go! Komm schon. Eins. Na! Du Wichser. Tick doch mehr als einmal. Nein! Nein, ein Rotz, ein Kack, ein Dreck. Okay, Verteidigung von stupid sinkt. Ich bin mal so genial und werfe jetzt natürlich kein Pokéball. Jetzt besiegt mich doch... Oh, jetzt macht's Energiefokus, ähm... Das wäre aber gar nicht genial. So. Tut mir jetzt leid, wenn ein bisschen Speed drin ist, aber ich kann's gerade überhaupt nicht ertragen in normal Geschwindigkeit. Das ist ja nur 50% schneller. Hört euch meinen Ingame-Sound an. Hört sich doch geil an. Dö, 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 dö. Ein bisschen schneller. So, jetzt hole ich wieder Chuck rein hier. So, 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 das hat's jetzt auch gebracht. So, streng dich an, Chuck. Hast du nicht noch irgendeinen... Fuck. Ich besiege das Kind vom, glaube ich, oder? Ja. Okay, dann erreicht Chuck immerhin Level 28. So ein Rotz, so ein Dreck, so ein Mist. Fuck. Fail. So, Chuck erreicht Level 28. Ich weiß nicht. Und wollt ihr jetzt unzensiert uncut dabei sein, wie ich nochmal ganz zurücklaufe? Weil Typhoon will ich heilen. Ich glaube, das wollt ihr nicht, oder? Wohin will das Nasnit? Geil. Oh, hier kann ich Chuck aber auch bestens trainieren. Ganz einfach da, äh, deswegen. Durchbruch. Ich hab's kaputt gemacht. So, Nasnit wurde besiegt. Voglerkler hat sich verabschiedet. Nein. Oh, er ist nach da. Ha. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Komm, ich weiß, äh, voll langweilig. Und ich fang mir in letzter Zeit eh, ähm, mehr Hater und, äh, schlechte Kommis ein als Gute oder Abonnenten. Also, kann ich's auch mal auf die Spitze treiben? Ja, ich darf das. Ihr seid jetzt einfach dabei. Komm, ich geh kurz. Was? Zum. Ich will aus der Höhle. Ich bin, ei, ich bin, ich bin schon aus der Tür raus. Und dann greift mich ein wildes Pokémon an, ja? Was für ein Beschiss. So, also ihr seid jetzt einfach dabei. Das, äh, kommen geht schnell. Ich weiß, ist langweilig, aber... Spult einfach vor die nächsten 30 Sekunden oder so, denn... Ich weiß, das hab ich jetzt ein bisschen spät gesagt, aber... So, ich heile meine vier Pokémon. Die ich habe. Darf ich stupid umtauschen gegen 500 Geld? Ja, das wär nett. Ähm... Wir gehen wieder in den Mondberg. Da kann man so richtig schön suchten. Eigentlich nicht, aber... Mann! Ein wildes Pokémon. Burnaby. Ah, was ist das? Ein Nasnid. Jetzt haben wir Typhoon wieder vorne. Der kämpft da nicht so gerne gegen einen Nasnid, glaube ich. Junge. Okay, ich will... Bitte lass mich nur um die Ecke gehen. Bitte, 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 bitte. Ah, danke. So, jetzt wieder mit den Torboträtern hier. Was? Die Nasnids haben doch keine Hobbys. Okay, sie greifen mich die ganze Zeit an. No. Ihr sollt weg. Gehen. Hier unten ist nämlich ein Käfersammler, der ist da drüben... Da unten seht ihr noch einen. Und ja, äh, der Mondberg wird lustig. Da brauche ich ein paar Parts, glaube ich. Ähm... Spange. Okay, Käfersammler. Achso, Sponge. Oder war das jetzt Spange oder Sponge oder Spongel? Moment, das war doch Sponge. Oder ich gucke gleich mal. Sponge heißt Spong. Yeah, Sponge. Sponge und der untere heißt Bob. Oh, jetzt kommt Jürgen wieder der kleine... Moment, ich will mal hören, was Jürgen sagt. Doch, aber nicht mit den komischen Typen damit. Nein, nicht mit mir. Fick dich, ich mach jetzt weiter. Leute, ich weiß schon, dieser Part ist jetzt mal voll der Schrott. Und ich glaub, der Typ heißt jetzt Sponge. Ich nenn ihn einfach Sponge. Ich taufe ihn so. Ja, das ist ein Sponge. Glaub ich. Mann, Tobi, bist du da? Ja. Fick dich, Jürgen sollte Hallo sagen. An meine Zuschauer. Warum nicht? Jürgen, Skype wird mal wieder hier. Mann, nein. Was für ein Scheiß. Das regt mich jetzt voll auf. Jürgen hat mir den Tag versaut. Mann, Jürgen. So ein Rotz. Wir sind doch Ghetto-Homies, Gangster aus dem Block, yo. Oder so ähnlich. Nein, das war dumm. So, Ander gegen Papinella von Käfersammler. Sponge. Okay, äh, Sponge ist es hier, ne? Äh, SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob. Das heißt, Schwamm. Yo, Bitch. Schwammkopf. Okay, äh, wir haben Sponge besiegt. Boah, Leute, das, das, ich hab's euch gesagt. Es wird sich so, ah, es geht hier so schleichend voran. Ich brauch für den Mondberg bestimmt fünf Parts oder so. Das ist jetzt der erste. Also ich persönlich würd's nicht gucken. Glaub ich. Oder doch. Wenn's interessant wär. Okay, wir finden Sonderbonbon. Juhu. Ah, der da unten. Ich werd's gegen Bob kämpfen. Ja, ich hab mir Schutz geholt, nur damit... Oh, Junge. Ich hab mir Schutz eigentlich jetzt eben gerade auch für später gedacht. Aber jetzt dachte ich, da ich gleich durch bin hier mit dem Anfang, kann ich jetzt schon mal den ersten Schutz einsetzen. So, und dann greifen mich jetzt wenigstens keine wilden Pokémon an. Was willst du, du? Bob. Hey, steig nicht so herum. Okay, jetzt will der Typ gegen uns kämpfen. Das sollte Bob sein, oder? Ja, eine Herausforderung von Streber Mirko. Was willst du? Der will einen Doppelkampf. Junge. Der will nicht echt einen Doppelkampf. Fuel ist einfach nur geil. Ich find Fuel so krass. Bah, bester Hack überhaupt. Knockintusk. Diesel. Also Diesel, der ist doch, glaub ich, von dir. Ja, ich nenne... Wie viele andere gibt's denn bisher eigentlich noch? Äh, wie? Hacks? Pokémon Hacks. Ach so, ja, keine Ahnung. Es gibt ganz viele. Chrono, Pokémon Midnight. Lügt mir nicht den Sinn des Stroms, um dabei pink zu werden. Bloody Platinum. Äh, Perfect Gold. Oder wie das heißt? Hurt Gold? Ja doch, Perfect Gold, Perfect Silver. Ja, keine Ahnung. Aber Mirko! Oder wer da... Ey, wer auch immer es jetzt sein soll hier. Dass es eingebaut ist, dass es ein Doppelkampf sein soll. Die Idee ist krass. Die Idee find ich echt geil. Und ich hoffe mal, dass ich Wolterball besiegt bekommen. Ja klar, Chuck ist auf 28. Typhoon. Ja, Mann! Typhoon erlernt gleich Donnerblitz. Ist das geil oder was? Ich würd mal sagen, das ist die beste Attacke, die Pikachu überhaupt haben kann. Nein, Donner. Ja, weiß ich. Dann kommt... Ich wollt grad sagen, dann kommt noch Donner. Aber das ist ja nicht so präzise. Aber Donnerblitz werd ich dann immer einsetzen. Auf jeden Fall. So, Kurtl! Was geht jetzt denn ab? Äh, Mirko hat einen Kurtl. Was für ein kranker Freak. Also ich find's lustig. Ähm. Was ist das? Tilano, wo? Mikl hat dir mal einen. Tilano. Ja, der, der. Okay, ich werd jetzt einmal einen Durchbruch riskieren hier, so langsam. Gleich jetzt Tilano. Hallo. So, du Wichser. Warte, so. Ja, äh, genau, Leute. Hier, Vogelakila konnte es einfach mal nicht lassen. Hat jetzt halt, ähm, noch jemanden eingeladen. Du Wichser, du. Junge, nicht in meinen Videos. Das kannst du in deinem machen. Naja, gut. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, hier, Tilano kann mal Hallo sagen, aber jetzt ist das dafür wohl zu spät. Naja. Hallo. Ja, okay, äh, Taifun-Alert-Donnerblitz, ist das geil, oder was? Auf jeden Fall. Neue Attacke für Pikachu. Hallo, hallo, hallo. Der Tilano hier. Mit Let's Play, äh, nichts. Soll ich, äh, bringen Donnerblitz natürlich bei, einfach weil, ist besser halt, genau. So, und Chuck erhält auch EP. Jo, man. Wir hängen immer noch. Ich fühl mich ganz kurz. Du, du mutest dich? Ja, okay. Ja. Vielleicht 20 Sekunden, ne? Nein. Okay. So, jetzt sagt er den coolen Leuten, dass er in der Kompfi mit kleinen, genau, uncoolen Leuten ist und Vogelappel auch. Tilano. Ja, Leute, er ist lustig, er ist, glaube ich, soweit ich weiß, ein netter Kerl, eventuell. Ich hoffe mal, es ist Horn-Attack, okay, Horn-Attack hat nicht gereicht, so ein Rott, ja. Ja, also bei Kleinstein wird es auf jeden Fall reichen, das weiß ich. Aber dieser Part ist hier und jetzt vorbei, bevor sich Tilano entmutet, weil ich will ihn verarschen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh